Das waren die zwei Haupttypen. Die haben da drin nix mehr gesehen, glaube ich. Die waren einigermaßen hopeless. Dann kam Nono und die BZ. Ey, die BZ-Granate hat sie voll erwischt. Echt? Ja, dann war einer tot. Die waren beide tot dann. Die waren beide tot. Die BZ-Granate hat sie voll weggehauen. Lela wieder. Ey, das gibt's nicht. Das müsst ihr euch anschauen, das ist genial. Ja, ich hab einen Nock, ich hab einen Nock. Oh, no hope for hope, man. Dann kam die zwei... Dann kam Söldberg seine... Ey, warte mal. Ne, wir haben's... Ey, wir haben's sogar... Ey, der Molli war episch. Ja, der Molli war episch. Der Molli hat das ganze Ding hochgejagt. Warte mal, Moment. Moment, Moment, Moment. Wer hat denn den Molli da reingeschmissen? Söldberg. Ey, der Molli war hardcore. Der hat beide gekillt. Und die BZ-Granate... Oh, nee, ey. Die hatten so null Chance da unten in dem Keller. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und die Moral von der Geschichte? Rein in den Keller? Besser nicht. Okay, jetzt könnt ihr direkt Schule landen, wenn ihr wollt. Oder sollt ihr Gregopol gehen oder weiß ich nicht. Nee, Gregopol wäre mir zu viel. Gregopol wäre mir zu viel. Wir könnten sogar Puczinki gehen. Ja, Puczinki finde ich ganz cool, weil da verläuft sich's ein bisschen. Da ist es dann nicht so krass. Also Puczinki oder was? Da verläuft sich ein bisschen, dann ist es so ein Stapelwurm und nicht so. Hat eigentlich jemand Turtles schon mal wieder online gesehen? Ne. Schon ewig nicht mehr, ne? Turtles war schwer, ja. Nibbler war auch schon lange nicht mehr online. Nibbler war schon lange nicht mehr online. Das ist dein zweiter Account. Ich weiß. Ich muss mir auch mal einen zweiten Account machen, ganz ehrlich, man. Ich weiß. Aber wir benutzen uns den zweiten Account so gut wie nie. Also das ist dann... Ich nenne den Baby-Res. Ich glaube, das wäre voll lustig. Oder Mini-Res. Ja, Baby-Res. Oder... Oder Rest-Talk-Pub-G. Oder... Oder... Es kommt keiner mit, oder? Was? Nee, Küche gehört mir. Ah, das ist geil. Da dürfen wir uns nicht beschweren. Ja, kommt jetzt natürlich darauf an, Ben, da bist du schneller. Oder ich? Ich bin schneller drin, ich bin vor dir unten. Ja. Richtig, ich bin noch schneller. Ah. Ah. Mit drin. Gewonnen. Meine Kirche. Hat sich schon zu heftig nur noch vorbei gelaufen sind. Ich bin unten halt. Ah. Der von euch schmeißt den auch. Jetzt seht ihr den Loot nicht mehr. Jetzt ist der ganz Loot für mich. Oh, nee. Oh. Jetzt wäre ich bestimmt geschimpft vom... ...Bade-Nobody, weil ich... ...K-98-Sie. Äh... ...Tja, mal. Ey, die Scar ist... Du treffst halt damit nichts. Das ist das... Dein Problem ist, dass du mit der Waffe nichts treffst. Wart mal. Lass mal testen hier. Achso, du bist nicht in der Kirche, schade. Ich habe gesehen, ihr habt das Spiel gesehen. Ich hab' ein 8-fach da drin gefunden. Nee, hab' ich schon. Mini. Mini. Äh... 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 Nein. Das war gedachtes Kön. Was? Das war ein gedachtes Kön. Was? Das war ein gedachtes... Kön. Also wenn jemand 4er braucht, hier liegen 2 Stück. Nimm ich. Was geht? Wer schießt da? Lila. Nein. Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich auch nicht. Lila, du lügst. Ich lüg' nicht. Sicher. Willst du live nachgucken? Gerne. In dem Haus, wo ich bin, Bünder. Ja, ich bin ja direkt unter dir. Ich hab' meinen Merchensie-Picker, aber ich glaub' der macht den Sinn, oder? Nein. Der macht wenig Sinn. Du musst denken. Nicht machen. Denken. Ich hab' immer noch keine Merchensie-Picker. Thanks for the Hats-Up-Lila. Man muss denken, was dein Gegner tut. Den nächsten Schritt voraus an. Mein Gegner lacht sich bestimmt gerade ein Ass, weil ich noch keinen Scope hab. Oh, unten waren zwei, unten waren zwei, zwei, vierer. Nee, 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 ich brauch' einen Dings-Reddard. Oder irgendwas. So, Reddard kann ich haben, wenn du mir einen Schräger-Dring verschaffst. Und Regen gegen Reddard. Ich guck mal den Merchensie-Picker dahin. Okay. Wirst du ihn nicht gleich benutzen, bevor Lila dich mit der Granate trifft? Nee. Nee. Das ist krass, wie komisch sich das Game anfühlt, wenn man erstmal ne Weile wieder nicht gibt. Das ist so easy. Äh, Rest hier liegt Reddard. Ich hab' schon eins, ich hab' schon eins. Alles gut. Ah, Lila! Ich hab's gesehen. Ja, Barde Nobody, ey. Lass den Marker. Lass den Marker. Lass den Marker. Lass den Marker, dass ich mit dem Karten 90 nehm. Aber kann sein, dass es woanders geht. Ich schreib' ihm, der soll sich bei dir auf gar keinen Fall melden. Was ist da los hier? Was ist da los? Den Barde Nobody, den knöpp' ich mir mal in nem Custom-Server vorgehalten. Aber, aber wahrscheinlich muss er da noch ein bisschen üben. Der ist bestimmt ultra gut. So, muss ich aufpassen. Ja, das ist echt gut. Der ist bestimmt voll gut, oder? Ich hab' gegen den schon mal gespielt. Ich hab' gegen den schon mal gespielt. Schon, oder? Der ist bestimmt voll gut. Der hat Level 5500. Ja, ja. Ich weiß schon, ich weiß schon. Was mir forscht. Kann ich mir irgendwie vorstellen, der Rest irgendwann mal. Ja, komm. Lass uns nen Custom-Server mitspielen. Das ist gut. Gut. Ja, okay. Das wird nen easy game. Zack. Rest ist tot. Diese Custom-Server, die sind immer fatal. Erweiterte Magazine, bitte. Ja? Wenn ihr findet. Erweitertes Magazin. Brauch ich auch. 24 war auch schön. Er muss mein Schräg-Visier. Kann sein, dass ich es irgendwo mitgeschleppt habe. Ja. Mitgeschleppt. Guck aber noch mal im Haus. Wenn Granate. Oh. Hast du dabei? Nee. Sicher. Ja. Auch Granaten. Haps, haaps, haaps, haaps. Haps, 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 haaps. Haps, haaps. Ich brauche weiter da. Er und er. Ja, da ist er. Es ist, wo es ist. Nein, das ist so. Blau ist. Ja, leider. Hör ich nicht mehr. Leider. Zum Glück. Sonst werdet ihr alle nämlich längst tot. Die Sechser. Ich höre ich nicht mehr. Ja, was ist jetzt? Hallo, hallo, tust, tust, tust. Hallo. Seidberg. Guck mal was. Moin. Zurück. Und wie war der Urlaub? Boah. Bist du uns? Ah, jetzt höchst du, oder? Ja, endlich. Oh, was war das? Und ich werde aufgeweckt durch so eine... Ich weiß, du magst 12. Also... Ich bin Granatenwoman. Ich habe ganz viele Granaten. Hat eigentlich jemand von euch einen M24 gesehen? Ne. Ich muss erst mal Badenobody fragen. Ich hoffe, dass es für dich zugelassen ist. Was? Was? Du kannst uns spielen das. Feinde siehstet. Lila! Lila! Hier, ich schreibe. Hier, ich schreibe. Hier, ich schreibe. Habe ich schon, habe ich schon. Okay. in welcher richtung bewegen wir uns seit wann siehst du feinde geschossen ihr beschoss gehört aber weit weg ich glaube auto ist besser aber unter umständen ohne erweitert gehe ich nirgends wohin solange wir noch in der zone sind schlüssel also wussten keller oder ist moment jetzt noch in der zone da schon da schon wo genau hier am zonenrad irgendwo muss es sein oder kurz davor wenn wir weiterhin gehen dann müsste noch vielleicht mit uns fahren ja klar wohin muss ich jetzt eigentlich markiert kein problem wenn du vorne irgendwo ein auto treffen dann würde ich gerne ein eigenes auto einsteigen wenn es dir nichts ausmacht doch macht mir was aus das bricht mir mein herz schade ich habe leider nur ein wie fast auto normal ich umfahre einfach die ganzen sachen ich habe mal markiert hier umfahre in die welt hat jeder hat ja jeder hat ja mal fank werden noch weiter bender und resi sollte durch einig werden werden was schießt nicht dass wenn der rest schießt der bender raus guckt und genockt wird wenn der haupt hinter mir wenn dann wird nicht so stimmt andersrum wenn der bürger schießen ich habe angst wurde genug zu werden ein loch im boden leder mit einem kreuz auf seinem holz ich weiß aber nicht genau unterstützen wir haben noch keine gegner gesehen ist besser wie letztes mal ja wobei letztes mal hatte stopp da waren schon welche drin vielleicht das sind vielleicht welche drin weil ich die haben die töre zugemacht genau obendrauf so dass nicht steigen also ob lass uns verziehen in die zone auto in die zonne reinfahren bitte ja ja ach wie geil ist denn das bitteschön zum glück reichen schlüssel gefunden ja wir warten einfach warte einfach warte einfach warte einfach wir gehen wir gehen weit wir gehen in die zone rein und schauen uns so an was sie machen und wenn sie genug dann durch das beste was passieren kann dies nicht aufs auto dann müssen wir selbst in die lüft jagen wir machen platten ja ja kommt drauf wir hocken uns hierhin ja es ist gut wo ist unser auto kommt auch das denke kommt drauf bänder lila kommt drauf hier mir und im auto ja ja die werden jetzt sterben wenn die zone kommt wir warten nach oben und gucken zu mehr hinaus kommen dann schießen sie alle genau und ich vielleicht habe sogar ich mit meinem unglaublich schlechten k98 skills jetzt mal die chance noch ein bild zu machen wer hoffentlich ja war die hat ja schon gesagt 98 ich glaube du brauchst eine schrottflinte lila gehst du bitte weiter runter sodass dich von hinten nicht erschießen können so jetzt gucken wir mal was dir gleich passiert zwei zwei eins zone bewegt sich ich glaube da waren oder eine drin da waren zwei autos der dings spielbereiche bisher bisher gibt es noch keine lebenszeichen da oben gut die können sich eine weile hoch ein weil die haben genug wusste es zeugs und ja ja ich habe das auto hoch hier kratto hochjagen auto hochjagen nein lass es einfach also es sind zwei drin oder ach ich schaue es mir im replay an wenn der kommt rein in den buggy ich habe schiss dass wir jetzt hier gekillt werden weil wir hier so dumm rumlurchen die ganze zeit leistet davon in die wille schein gehen und berg war nicht nur mit rein sorry guckt doch kurz nach einem 24 weil sonst bin ich ich bräuchte bohren granaten ich habe alles verlaufen ich schaue jetzt noch mal vom berg rüber ob die kasper hochkommen markiert haben wir es ja gelbe marker das ist witzig wenn wir es noch auflaufen würden aber das glaube ich nicht bis jetzt nicht keiner wir müssen ein bisschen auf den killfeed achten wir haben noch 50 sekunden siehst du irgendwas davon da oben aber ich habe auch ein killfeed kann ich sehen ich fahre geschwindes auto hoch liegt da unten eigentlich in c4 auch ja ne ja da unten liegt auch c4 in dem gebäude in dem keller damit könntest du theoretisch das auto weg war hauen aber ganz ehrlich und dann sind die auch da unten dran also dass wir das hätten wir jetzt glaube ich auch gehört so eine balance in der stadt ich hole kurz beim bagging komme ich hinterher aber ich sehe keine leute im killfeed das ist echt das sind aber extrem wenig leute ist schon im dings 18 18 innerhalb von drei phasen das ist ich muss mir das im replay anschauen was da abgeht hier ist einer da hinten hoffsteiner um bei den heuballen hinten die habe aber nur vierer deswegen ich versteckt das auto bist du sind zu zweit witzig wenn die kasper von hinten kommen aber ich sehe sie bisher immer noch nein nein ich glaube die sind schon ich habe es ja im killfeed nicht gesehen das wundert mich an gut zwei waren genockt ich weiß nicht ob das sie geschafft hat alle hoch zu holen eine dritte namen war tot krate liegt hier ich hol ich glaube lila ist als erstes angekommen bei der awm ich nehme sie ich komme zurück wir brauchen das taxi nutische aufgeteilt steht jetzt habe ich level 3 g das wollte ich noch gar nicht so nicht so nicht lieber ein chemmer fragt kurz ich kann dir mal irgendwas schießt auf uns von der links direkt vor uns irgendwo hier blauer marker wir müssen lila smoken ich habe sie ich hole sie ich sehe sie nicht ich sehe sie nicht oben auf dem buckel wahrscheinlich ich sehe sie nicht ich sehe sie nicht da oben da oben ja ja ich sehe da oben ich habe einen headshot headshot mit dem k98 nur fürs protokoll ja aber ich habe da war 3er gear ne ich wollte es geht an bade nobody ging das ich habe ihm hit gegeben und dann war er das ging an bade nobody nicht an irgendjemand von uns ein solberg und guter oder schlechter lot wie kommst du dir hoch da haben wir ein bisschen high ground ja ich komme auch das ist gut da vorne ähm headshot mit dem k98 leute ja nachdem ich dir gezeigt habe wo er ist und ich ihm einen hit gegeben habe und davon ist auch noch was irgendwo hier gelb äh blauer marker höre ich ballern noch 11 10 ich bin glücklich ey die playzone hat gerade noch einen player gekillt es könnte sein dass das unser kellertyp war wo wo die playzone hat gerade noch zwei gekillt hit 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 ey ich gebe immer die kreis und ihr macht den lauer marker ja ja der laufen sie rennt seh 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 wir müssen den sonne scheiße scheiß hat jemand smoke ich habe äh ich habe eine smoke ich habe zwei smokes rüber zu dem haus hier blauer marker rüber zu dem haus sag ich hast du eigentlich gilli genommen oder nein ok jetzt vorsicht wenn in einem haus hock dann haben wir gelitten ich bleibe hier oben aus sicherheitsgründen ok die sind noch zu dritt ok die sind noch zu dritt also die und wir ja 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 wir haben da drüben ne crate liegen leider hier das ist leichter ich habe ihn gerade gesehen hier so ein blauer marker äh wir müssen rüber wir müssen ein bisschen näher an sie ran shit 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 das fällt mir alles überhaupt nicht kommt mal mit wir brauchen high ground wir kriegen high ground was ist denn die vier oder vierer marke was ist das die lasse ich nicht die lasse ich nicht ah ja die vier oder sowas haben wir nicht ne ne die können uns jetzt hier echt gut die granate auf euch oder sinds noch zwei teams so wahrscheinlich noch zwei team smoke wo gegner hier an meine an meinem marken du bist äh blau und blau ok ist in deinem haus ja ja ich werde jetzt rausgepusht gleich rausgepusht gleich smoke äh hat irgendjemand granaten oder sowas ich habe ich habe wir müssen zurück ich habe zwei smocks ein molly zwei splitter granaten und eine blendgranate das ist nur noch der typ übrig der eine ist hat auf mich geschossen 10 nicht bleibt hier in deckung wisst ihr wo der ist ne der ist irgendwo oben im haus direkt vor mir muss der sein ich 10 war nicht der kommt jetzt gleich runtergepusht zu dir der kommt jetzt gleich auf dich zugepusht der ist von der schießt die ganze zeit auf mich der ist glaube ich irgendwo im fenster ja der schießt links links bei mir direkt vor mir haha nice das ist von Lederland wirklich ihr seid da liegen nice nice danke fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal machs gut ciao ciao